Ja hallo hier ist wieder Klaus von der ETHN Generation und ich zeige heute ein Smoothie Video, wieder ein Smoothie Video, das vielleicht schausendste, also zuerst einmal wird die Quinoa eingefüllt, 30 Gramm ungefähr, 3 Löffelchen und der Rest noch und dann wird eine neue Packung nachgefüllt von dem Quinoa. Hier ist ein Südamerikanisches Getreide glutenfrei und das ich jetzt hier für die tägliche Eiweißzufuhr am frühen Morgen mir meistens zubereite. Es wird dann die Packung aufgeschnitten und das ganze dann eingefüllt. Diese Packung habe ich hier vom Discounter gekauft, der hatte in neuem Angebot 400 Gramm für euch 1,99 Euro oder so. Ich weiß jetzt im Moment den Preis nicht so genau, aber ja. Also Quinoa, dann kommen noch 4 Kakaobohnen dazu und nach dem Kakaobohnen werde ich, ja ich habe heute hier mein T-Shirt an, mein dünnes. Ich hoffe, dass man da meine Diätbemühungen schon gut gesehen kann, also dass der Bauch langsam weggeht, dass das Bauchfett vergibt. Ich habe jetzt Diabetesdiät fettfrei und vegan sowieso schon als längerem, aber vor allem fettfrei und das sollte man dann auch sehen können. Deswegen bin ich auch meistens so ein bisschen leicht begleitet. Wir sind immer sowieso bei der Hitze und so kann man das dann sehen und ich kann das auch sehen. Ich sehe dann meine eigenen Erfolge sozusagen der Diät. Und das ist jetzt ja mein Frühstück, mein Smoothie zum Morgen. Der kommt jetzt noch pulverisierter Kakao und die Quinoa. Und jetzt brauchen wir dazu einen anderen Mix Behälter. In dem wir dann quasi eine Banane. Und ja, ich habe es heute wieder an den Beinen. Von daher humpel ich so ein bisschen. In einer Foto kann ich das jetzt sagen. Ja, also kommt eine Banane rein. Und dann kommt noch ein Stück Dattepaste dazu. Ich kaufe immer Dattepaste. Ich habe hier gerade 8 Kilo gekauft. Das reicht dann wieder für drei Monate. Das ist dann der älte Rest vom letzten Mal. Und ja, diese Mischung hier, die war noch in Natur. Jedenfalls stand da nichts Schädliches dabei. Aber vielleicht auch nur, weil die jetzt das neue nicht eingeführt haben, weil die gegen die Vorstufen verstorben haben. Jedenfalls der andere, der türkische Händler, der weiß das. Und der hat jetzt bei bei dem neuen Tettelpass dazu geschrieben, dass da also Sobithol drin ist. Und dass da Calcium Sobath drin ist. E202 glaube ich war das. Ja, die haben alle natürlich wieder Nebenwirkungen. Diese Kontinwiegenstoffe können zu Durchfall führen und zu, was weiß ich. Ja, ich habe bis jetzt aber noch nichts bemerkt. Nur habe ich den neuen noch nicht verzehrt. Aber insgesamt verteid ich das gut. Und der Krikau, der stofft ja vielleicht schon ein bisschen. Von daher egalisiert sich das dann vielleicht auch. Ja, jetzt haben wir also Banane. diese Pasta dazu. Und das Pulver aus Pinot und Krikau-Brun. Und dann kommt der Pasta dazu. Und dann habe ich noch ein bisschen Guaranat an Lufthin-Chin. Da habe ich eigentlich gebrühen. Und die 2 Lufthin-Chin-Kakao. Krikau hat natürlich auch wieder Fett. Der Kakaopulver. Obwohl es ziemlich fettfrei ist. Aber tja, es wird nicht besser mit den beiden. Aber man muss halt sehen, dass man halt mal wieder durchsteht. Ok, jetzt werden wir das da auch nochmal mixen. Der zweite Mixvorgang. So mein Morgenritual. Das ich morgen mal ein Smoothie mache. Und dann bereite ich auch noch mein Müsli vor. Ja, jetzt kommt die neue Musik im Hintergrund. Das ist also der Groovemacher. Der Groovemacher jetzt. Vorher hatten wir ja den Kompass auf Brüchst von Trang. Und jetzt kommen also die Körner. Das war jetzt die Müsli-Vorbereitung. Ich mache also morgen Smoothie und dann bereite ich im Morgenritual auch gleichzeitig noch das Müsli vor. 3 Lufthin. 10 Gramm. Mit Kerstenkörner. Mit Bio-Kerstenkörner. Und nochmal 3 Lufthin. Mit Haferkörner. Auch als Bio-Anbau. Vom biologischen Anbau. Da kaufe ich immer so große Packungen von 5 Kilo. Da oben sieht man die im Hintergrund. Da oben über den Kühlschrank. Die große Funktionspackungen. Und jetzt werde ich das Ganze klein malen. Weil die waschen nicht ein. Also der Hafer vielleicht schon. Aber die Kerste die sehr hart. Also mache ich die klein malen. Und dann wird das mit Wasser zugegeben. Und die Wasser dann ziehen lassen. Quellen lassen. Jetzt haben wir mit einem Gefäß. Ein Gefäß mit Schüsseln. Also hier machen wir mit einem Gefäß. Bei uns bleiben die Gefäß mit Schüsseln. Und jetzt haben wir mit unseren Beigern. Und jetzt machen wir mit unseren Beigern. Ich habe ja 4 Pakete von 500 Gramm Buchweißen gekauft und ich fülle die so mit der Hand ein. Ich nehme an, das sind so 20 Gramm geschätzt und ich weiß es nicht so genau. Ich müsste das auch abbiegen, aber jetzt kommt da mal das Durchgemahligut der Gersten- und Haferkörner. Jetzt werden wir das ganze noch ein bisschen verteilen. Und dann wird das noch ein paar Haferflocken dazu oben drauf, weil das dann doch zu viel Flüssigkeit ist. Und das ganze wird dann abgedeckt und bleibt dann stehen. Ja, das war es auch schon wieder und jetzt werden wir das noch umfüllen. In das schöne Glas hier, in das Bierglas. Und dann haben wir das Morgenritual schon wieder bald beendet. Ja, das sieht doch gut aus. Schmeckt so nach Kakao. Ja, das ist also mein Müsli. Ja, ich sag schon mal Tschüss. Das war's für heute und bis zum nächsten. Der zweite Teil kommt anschließend beim Müsli. Das war's für heute und bis zum nächsten Mal. Das war's für heute und bis zum nächsten Mal. Das war's für heute und bis zum nächsten Mal.